Wir haben noch 10 Minuten, also lass dir Zeit. Ja, wenn nicht, gehen wir hoch und speichern. Ja. Geh ein bisschen weiter nach rechts und schneid von da, wegen dem Schatten. Der ist sonst genau... Nee, ja, von mir ist nach rechts, ja so. Und bleib so jetzt während des Schneidens. Kannst ja mal lecken dann. Nee, rechts daneben, das sieht man nicht. Den Lappen. Ja, da sieht man es. Das wird so geil. Bleib an der Kamera. Wir nehmen das hier ohne Sinn und Verstand auseinander. Das nächste lassen wir da mal richtig auftauchen. Ja. Das müssen wir ja nicht heute machen. Ich glaube, heute haben wir noch genug zu tun, wenn wir den Film zurecht schneiden wollen. Ach, das... Oh, Scheiße. Und mit Agro-Musik so... Sag mir deine Fotze hin und den Daumen da durchsteckst. Auf der anderen Seite kannst du auch noch was daneben packen. Jetzt machst du weiter. Das ist so geil. Als ob ich eine Jungfrau gefickt hätte. Ja, das ist so geil. Ja, das ist so geil. Und jetzt auch noch eine grosse Chapeuse. Oh guck mal... Nochmal Pause. Oh, ich weiß. Ich sag doch nicht so viel. Jetzt hat sie. Sieht man sowieso nicht. Ah, wie eine Jungfrau, eng wie eine Jungfrau. Sag das nicht, weil wir das sind. Die mag sowas nicht. Sieht ja wirklich so aus. In der Scheibe. Wacht das mal vor der Kamera näher. Näher an der Kamera, was ist das? Und dann zeigt das, wie das aussieht. Weiter nach unten, weiter nach unten. Ja, so und näher ran. Halt mal kurz, ich hol mal einen Stein. Dann können wir das so aufhaken. Das ist schon fast durch. Wollen wir mal probieren nachher, Schweineherz? Nee. Hol noch mal einen Stein. Hol noch einen Stein irgendwoher. Und ein Anti-Fliegen-Spray. Die fliegen an das Gerochen. Ja. Scheiße, die Wespen auch. Egal. Oh nein, da sind drei Wespen. Da schneide ich nichts dran. Schluss. Film die Wespen wie so. Ja, film die Wespen. Walsben.